Jetzt hab ich, Moment, einen Haufen Stiegs dabei. Die brauche ich hinten vorne. Da darf Stroh. So kommst du da rein. Der Sylt Stone. Ich glaub, den brauche ich zum Grafen, gell? Den hab ich eh schon gemessen. Mein Holz. Kann ich gleich wieder ablohnen. Und eins steckt nicht mehr mit, oder? Wenn ich schon nicht. Ja, wird wohl. Den verbrauchen wir wanners wieder. Den brauchst du immer wieder mal. Pass auf. Jetzt brauche ich den da. Und da wollte ich doch schon mal einen Schalter reinbauen, gell? Was ich da nicht hingehaut. Und so, weil ich mich zu blöd angestellt hab. Nein, da nicht. So, da wollte ich den da herzimmern. Also da her. Und... Da her. Und der genauso. Da müsst ihr das nochmal aufgehen, oder? Ja. 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 So mal. Vielleicht mit einer kleinen Verzögerung. Und ein Sekunden. Und ein Sekunden. Oder höre dich. Und ein Sekunden. Ich möchte da näher kommen. Ja. Er scheint zu funktionieren. Warte mal. Oh, ne. Ja. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Passt schon, gell? Funktioniert. der klippermeister und dieser auf den saun ok leid jetzt werde ich erst mal penner gehen einmal gerolle mit ausand so finster ok jetzt wollte ich mein schulter bauen und das lebst brauche ich einen ganzen meter haben wir denn noch ein feier kann ich sagen fire pit moment allerdings drei vier davon dr fire pit campfire scheiße vier naja jetzt habe ich fünfe das geschissene leder da wir schalten aus bis fertig da könnt ihr noch vor der pause könnt ihr die dicken oben reißen und reinzimmern und nicht bei reggae sound aber ich glaube wir brauchen noch treppen oder eventuell experimentieren nehmen wir auch mal mit jetzt haben wir holen das wird schon gelangen ja jetzt habe ich zwei mal 99 das ist allerhand geh heller ich komme das gibt jetzt einmal in schulter und zwar dahin mit einer verzögerung von einer sekunden ungefähr und 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 Pass auf, Slaps. Ich mach das noch ein bisschen. Jetzt, wenn ich da hinten... Pass auf. Wenn ich da trete, meine ich jetzt, was sagt's denn dann? Und zwar ungefähr so. Und da ja dann... ...die Holzlaps. Allerdings könnte man auch... Scheiße, bin natürlich nicht dabei. Auch Holzlöcher nimmer. Dann gibt es ein bisschen Abwechslung. Bei der Eintönigkeit wird da schlecht. Da könnte ich auch noch dreckig... ...hut rum. Ein Steintoch. Oder warte mal. Ja, mir ist da. Und zwar für den Eingang. Ich hab mir gleich wieder Holz. Der steht sowieso im Weg. Seht ihr, dort hoch her. Und herunten eventuell. Das ist ja so, seht ihr's. Dann hat das zumindest der Busy-Stil. Also entweder nimm ich... ...treppen her, oder... ...nimm einen da doch her. Seht ihr's? Nein, nimm ich nicht ja schon. Scheiße. Das ist mir fast. Ja, dann müsste ich dir die Sobe dran. Gut. Überzeugt. Nehm ich die Trippen her. Hat doch hinten die Mik. Das schaut ehrlich so blöd aus. Aber... ...wann nicht passt, wird passen gemacht, oder? Das biegen wir uns schon hin. Ich weiß ja nicht. Das blöde ist, die Treppen schauen ein bisschen anders aus als das Ding da, gell? Das ist der Nachteil. Und wenn wir es direkt so machen... ...dann kehrt da hinten allerdings eher eine. Ja, wir sagen mal, ohne Treppen. Ich glaub, das macht ein bisschen. Schon, oder? Gut, Freunde. Keine Treppen. Ja. Ja. Was bleiben, geh? So ein Kimi. Ein Brotmesser. Oh, halt. Das hat schon gestimmt. Da ist mir eben da. Dann schaut ihr mir die Ticken ein bisschen her aus. Seht ihr das? Als wir da. Und hat noch einen Brücken drin. Das bietet mehr Abwechslung. Krieg ich noch raus schon, oder? Ging schon raus. Ja, da hab ich mir dann eindeutig wieder in die Pause verdient. Am meisten baue ich mir erst durch sie auf, geh und dann reiß ich wieder ab. Wend fort mit dir. Elendiges Holz. So, legt ein Stück. Was ist denn? Ich weiß nicht, wenn ich mir das gelang. Wirkt wahrscheinlich nicht. Das ist nämlich meistens so. Ich glaube, hier. Gerade wenn sie mal Lust hat. Ja gut, das Schlimmte haben wir schon. Jetzt haben wir noch sechs reinholt. Ich habe es gemerkt, dass ich da auch schon weggehe. Vom Affe schauen. Und Marsch. Moment. Moment. Hier ist das. Und drei reinholt. Und meine Slaps könnten gelangen. Bist du, ihr kommt durch, ne? und da rein. Und dann kommt ihr wieder. In vollen Zügen. Ja gut, langt das mal. Ausnahmsweise. Da haben wir noch Steine. Nicht geh. Da mach ich mal. Jetzt war er 30. Mal schauen, ob die klangen. Da drüben war nix, oder? Aber der ist da. War nicht geplant. Meistens ist das so, geh. Manche Ideen können wir erst mitten drin.